Bibelferse für Kinder erklärt Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12, Vers 24 Getreide wird in der Kurzform Korn genannt und bedeutet das von der Erde Getragene. Brot, Brötchen, Kuchen, Kekse und Müsli, Cornflakes sowie Nudeln, dies alles ist aus Getreide. Das Getreide liefert dir die Kohlenhydrate, die für deine Ernährung wichtig sind. Der Vers, den wir heute betrachten, also etwas genauer anschauen, ist ein Ausspruch des Herrn Jesus. Er spricht vom Weizen, genauer gesagt vom Weizenkorn. Bestimmt hast du schon mal ein Weizenkorn in der Hand gehabt, aber hast du auch schon mal eins von innen gesehen? Das Innere des Korns besteht zum größten Teil aus dem Mehlkörper. Am unteren Ende des Korns befindet sich so eine Art Wurm. Das ist der Keimling, aus dem nach dem Aussehen die neue Pflanze wächst. Sehr wichtig ist die dicke Außenhaut, die das Innere des Korns schützt. Im Frühling reckt sich der Keimling zum Licht und wird zum Spross. Unter der Erde wächst die Wurzel. Die hierfür benötigte Energie liefert der Mehlkörper. Damit die neue Pflanze mit neuen Weizenkörnern entstehen kann, wird das Saatkorn also verbraucht. Oder wie unser Vers sagt, es stirbt. Wir haben einen Bauern in unserer Nachbarschaft gefragt. Wie viele Körner erntet man im Durchschnitt aus einem Weizenkorn? Er meinte, sein Ertrag lag im Durchschnitt bei etwa 60 Körnern pro Korn. Es gibt Gegenden mit schlechterem Boden, wo der Ertrag niedriger ist. Aber es gibt auch richtig gute Böden, da kann der Ertrag auch höher sein. Auf unsere Frage, ob das Verhältnis 30-fach, 60-fach oder 100-fach sein kann, wie es der Herr Jesus im Matthäusevangelium sagt, antwortete er überrascht, ja, das kommt hin. Wir wollen uns den Vers noch einmal in Erinnerung rufen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12, Vers 24 Was fällt an diesem Vers auf? Wahrlich, wahrlich, sagte der Herr Jesus am Anfang. Das eigentliche Wort, das der Herr Jesus sagte, war das Wort Amen. Es ist ein hebräisches Wort. Wenn wir beten, sagen wir Amen am Ende eines Gebets. Damit bekräftigen wir das Gebet. Auch die Griechen benutzten das Wort Amen. Martin Luther hat das Wort Amen hier mit wahrlich übersetzt. Wenn der Herr Jesus etwas ganz Wichtiges sagen wollte, benutzte er das Amen, Amen oder wie Luther übersetzte, wahrlich, wahrlich. Wenn euer Lehrer in der Schule etwas besonders Wichtiges sagen will, sagt er vielleicht, passt jetzt mal genau auf, was ich jetzt sage, ist wichtig. Aus diesem Grund wollen wir jetzt auch genau aufpassen, was der Herr Jesus uns durch diesen Vers sagen will und in welchem Zusammenhang er diese Worte aussprach. Es war kurz vor dem Passerfest in Jerusalem. Das Passerfest erinnerte die Juden daran, dass sie früher Sklaven im Land Ägypten waren. Gott befreite sein Volk auf eine sehr eindrucksvolle Art. Kurz vor dem Auszug aus Ägypten mussten alle Familien aus dem Volk Israel ein Lamm schlachten. Das Blut des Lammes mussten sie an die Pfosten ihrer Haustür streichen. Ein Engel ging durch das Land Ägypten und tötete jeden erstgeborenen Sohn. Wo er allerdings das Blut an den Pfosten der Haustür sah, tötete er den erstgeborenen Sohn nicht. Er ging an diesem Haus vorüber. Das Blut des Lammes schützte den erstgeborenen Sohn der Familie. Das Volk Israel musste das Passerlamm auf eine ganz bestimmte Weise zubereiten und im Stehen essen, sodass sie jederzeit marschbereit waren. Einmal im Jahr sollte das Volk Israel sich an diesen Auszug und die Verschonung des erstgeborenen Sohnes durch das Blut des Lammes erinnern und das Passerfest feiern. Nur im Tempel in Jerusalem durfte das Lamm geschlachtet werden. So hatte Gott es angeordnet. Das Johannesevangelium erzählt, dass Jesus sechs Tage vor dem Passerfest in Bethanien ist. Dort hatte er drei Freunde. Lazarus, Maria und Martha. Man hatte zu Ehren des Herrn Jesus ein Festmahl vorbereitet. Martha bediente, Lazarus kümmerte sich um die Gäste. Jetzt lesen wir in der Bibel folgendes. Dann nahm Maria ein Gefäß mit kostbarem Salböl, goss es über die Füße Jesu und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Ischariot, der ihn später verraten sollte, meinte entrüstet. Das Öl ist ein Vermögen wert. Es wäre besser gewesen, man hätte es für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. Wie wir auch aus der Bibel wissen, hatte dieser Judas kein Interesse an den Armen, sondern er hatte die gemeinsame Kasse und nahm ab und zu etwas daraus. Er war ein Dieb. Später verriet er den Herrn Jesus für 30 Silberstücke, also für ein Zehntel dieses Geldes. Wir lesen weiter, dass viele Menschen neugierig waren, Jesus zu sehen, der auf einem Esel in Jerusalem einritt. Über 500 Jahre vorher hatte der Prophet Sahaja dieses Ereignis bereits vorausgesagt. Die Menschen kamen, brachten Palmenzweige mit und riefen, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Nun erzählt uns das Johannesevangelium, dass auch einige Griechen zum Passafest gekommen waren, um Jesus zu sehen. Der Herr Jesus sonnt sich aber nicht in seinem Ruhm, sondern er sagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12, Vers 24 Fünf Tage nach diesem triumphalen Einzug in Jerusalem stirbt der Heiland am Kreuz für unsere Sünden. Die Palmenwedel, die Hosianna rufe, alles vergessen. In seiner Not war der Herr Jesus allein. Entsetzt waren seine Jünger und flohen, als Jesus gefangen genommen wurde. Das Weizenkorn ist der Herr Jesus selbst. Mit seinem Tod wird er in die Erde gelegt. Dort ist er allein, aber er bleibt nicht allein. Er selbst ist ja auferstanden und hat uns damit die Möglichkeit gegeben, von unseren Sünden frei zu werden. Das ist die Frucht, die aus dem Sterben und der Auferstehung des Herrn Jesus entsteht. Vielleicht verstehst du es jetzt ein ganz klein wenig, wenn wir auch diesen Vers gemeinsam sprechen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12, Vers 24